Nicht mir, sondern Captain America, weil er mir den Patriotismus verliehen hat, das Leben des Präsidenten retten zu wollen. Und danken Sie Wonder Woman. Ich bin ein Mann, der nie die Hoffnung aufgibt. Ich habe ein Grundstück auf dem Mund, wünsche mir zu Weihnachten immer Hosengröße 36 und ich kaufe immer noch Beanie Baby. Was für ein Tag! Mal sehen, was ich ihm heute zumuten kann. Vermutlich ist Francis auch schon wach und spachtelt Kraftfutter zum Frühstück. Ich bin Timmy. Und ich verstehe es nicht. Anscheinend ist Chloe doch so perfekt. Wozu braucht die Zauberpaten? Vergiss es, ich werde dich nicht allein lassen. Wir können diesen Kampf gewinnen, wenn wir als Team kämpfen. Wo sind wir? Komisch. Ich schätze, es ist weg. Man, super ärgerlich. Aber wo sollten wir das Ei nochmal hinbe...